So, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link to the Past. Das letzte Mal haben wir einige Items schon gefunden. Wir haben das Master Sort und verbessert das Schild. Wir haben Schaufel, Ocarina, Power Gloves Titanids, Pegasus Boots, Saurer Flippers, Bomben, Bomberang, Bogen und Fire Rod. Des Weiteren haben wir schon 3 Hartz Container und 8 Pisa Fart. Und haben schon Nummer 2 abgeschlossen, in dem Kristall Nummer 5 war. Außer mit einem Bogen. Naja, das war jetzt einiges. Wir haben den Bogen bekommen. Was bedeutet, wir können Dungeon 1 machen. Der sich gleich hier oberhalb befindet. Mit dem Bogen können wir nämlich Dungeon 1 abschließen, was wir davor nicht hätten tun können. Wir hatten immer noch alle Items Beste auf Höchstens 1 bekommen. Höchstens 1, weil der Boss theoretisch eine Map haben kann. Und nicht unbedingt ein Item, das wir brauchen. Aber ja, wir müssen den Boss sowieso besiegen, weil... den einen Crystal hat, den wir brauchen um zu Gennen zu kommen. Also... Naja... Einfach warten, bis wir den Bogen haben, war halt die beste Regel. Ach komm, dann gibt mir halt noch mehr Rubine. Also ich mein, ich hätte schon gar noch mehr Rubine, damit ich einfach... äh... äh... so... King Sumerar geben kann. Der mir dann ein Item dafür gibt, für 500 Rubine. Aber... naja... Es könnte noch ein bisschen dauern. Bei dem Glück, dass ich mit Kisten gerade hab. Ich mein, das ist völlig positiv. Weil... Ich mein, so viele Items am Anfang zu bekommen, ist echt gut. Vor allem nachdem wir den Bogen haben, müssen wir nicht mal Angst haben, dass wir... so viele Dungeons nicht abschließen können. Das einzige, was ein bisschen blöder ist, wenn wir den Spiegel nicht... finden... Den Spiegel brauchen wir nämlich, um zwischen Light und Tagweite zu teleportieren. Und... Äh... Für manche Dungeons braucht man das. Cool, wir haben die Map bekommen, da wo normalerweise die Map auf ist. Komm mal an. So. Äh... Ich will jetzt was zu rechts sagen. Tür öffnen. Oh, Skelett. Äh... Äh... Shirt ist hier. Und... Und... Nicht sehr spannend. Warte, man kann eigentlich hier runter. Also ich mein, ich kann runter, aber... Scheint es keine Auskunft zu geben. Naja... Ist jetzt nicht mehr. Da kommen wir sowieso. Also ich werde trotzdem hier reinglaufen. Hier bekommen wir sowieso. Alter. Also nicht so schlimm. So. Mehr Skelette, um die wir uns eigentlich nicht kümmern müssen. Und komische Soundbugs. Ich verstehe manchmal nicht, warum das Schwert so laut ist. Ist das einfach. 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 So. Cool. Wir haben... 20 Robine bekommen. Ich glaub ich hab den Big. Ja, gar nicht. Ich glaub dann weiß ich wo der ist. Dann ist der an der normalen Stelle wo er ist. Ja. Cool. Der Randomizer ist gut. Er hat einfach... Nichts vertauscht. Er hat einfach nur den Bogen, der normalerweise in der Kiste gewesen wäre, durch 20 Robine ausgetauscht. Oh ja. Noch ein Grund, warum... keine Laterne zu haben... ein bisschen ein Problem sein könnte. Okay. Ich hab den Schlüssel gefunden. Jetzt muss ich nur noch aus dem Raum raus. Das ist irgendwo links. Also. Okay. Ich bin zu weit oben. Wo? Ah. Okay. Ähm. Hallo. Ach. Ich bin schon wieder zu weit oben. Okay. Lass mich bitte durch. Danke. Okay. Dafür wäre die Laterne gut gewesen. Aber wenigstens weiß ich wie der Raum aussieht. Naja. Vielleicht hätte ich doch nicht sagen müssen. Wir könnten dann eins auf jeden Fall abschließen. Aber... Ich kann's zumindest. Naja. Dann dann dann... Alle Monster besiegen. Dann... Fliegen die Antifen rum. Bicky. Autsch. So. Das hoch schieben. Und... Wir können die Kiste öffnen. Das ist in der Kiste was schönes. Piece of heart. Okay. Ups. Ich habe kurzzeitig vergessen, dass ich mich bewegen kann, wenn ich... ...nicht fokussiert auf das Sensor bin. Oh. Ja. Das war... Ich bin gerade gestorben. Ähm. 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 Ja. Okay. Ich bin gerade gestorben. Kein Problem. Ähm. Machen wir den Dungeon irgendwann anders. Mir ist gerade eingefallen, warum ich doch nicht gerne in der Farbe hätte. Äh. Wo will ich hin? Also King Sora zu gehen, guckt mir aber nichts. Okay. Schauen wir einfach mal. Hm. Das ist ne blöde Idee. Okay. Ich... Theoretisch ist in die Dark World King ne schlechte Idee. Ich hab... Ich kann nach Kakariko wohl nicht gehen und schauen was der mir verkauft. Und... Teil. Dafür hab ich... ...underbrenzen ausgegeben. Äh. Als nächstes... Ja. Ja. Ich glaub... Ich glaub das sollte passen. Äh. Ja. Ich hab nur das dumme Gefühl, dass ich mich aus der Dark World zurückkomme, wenn ich da... ...zu früh hingehe. Das ist nicht cool, aber... Hm. Ja. Ich weiß nicht. Ich hätte doch lieber ein Spiel. Okay. Ich mein... Ich sag's mal so. Ich hab nicht mehr wirklich viel was ich tun kann in der normalen Welt. Hm. Was könnte ich noch tun? Eigentlich nicht. Eigentlich ist es halt in die Dark World zu gehen. Dann machen wir das mal. Aber nicht über den normalen Weg, weil der... ...zu lang ist. Und... ...da keine Items sind. Sondern wir gehen einfach hier oben rein. Ähm... Wobei ich zugeben muss, das war vielleicht... ...eine meiner dummsten Ideen... ...in die Dark World zu gehen. Aber... Wir bekommen hier auf jeden Fall... ...zwei Items? Ja, zwei Items. Die... Okay. Ich hatte... ...dümmst die Idee einfach in... ...an diesen Ort zu gehen. In der Dark World. Weil ich mein... ...wir hätten einfach hier sein können... ...und... ...von hier aus kommt man nirgendwo anders in der Dark World hin. Und... ...einfach... ...da wo ich hingehen will... ...um Items zu holen... ...weswegen ich auch den Teleporter benutzt hab... ...hat einfach den Spiegel. Ich mein... ...mehr Glück kann ich nicht haben, oder? Das ist schon irgendwie... ...Glück. Okay. Hier drin gibt's noch mehr Items mit dem Spiegel. Wollen wir jetzt hier hinkommen? Okay. Das ist nur im Fall Upgrade, aber... ...ich würde einen coolen Glitch zeigen. Wenn man einen Block verschiebt... ...in... ...eine Höhle... ...die kein Dungeon ist. Dann kann man den Spiegel sparen... ...während... ...er geschoben wird... ...und... ...söscht einfach die Böcke. Das ist... ...also es macht nervige Töne... ...aber... ...ich mein... ...der Glitch ist einfach... ...grandios. Vor allem... ...normalerweise sollte man... ...möglich herausfinden... ...wie man die Blöcke verschieben muss... ...damit man da hinkommt. Äh... ...ich hab das jetzt alles eingetragen... ...ja... ...und... ...wenn schon nicht das Auto... ...auffüllen... ...funktioniert... ...oder das Auto-Update... ...nicht funktioniert... ...mhm... ...kann ich's auch... ...ääh... ...kann ich's auch selber machen... ...solange ich dran denk... ...äh... ...wie komm ich jetzt am besten... ...in die Dark World... ...an Ort... ...wo ich... ...wirklich was tun kann... ...eigentlich gar nicht... ...hm... ...ich kann mal was schauen... ...was hier oben für ein Item ist... ...dass wir... ...dass wir... ...dass wir... ...dass wir... ...dass wir... ...wir kommen hin... ...wärts... ...hier oben ist... ...ein Kiso Fort... ...okay... ...also nichts Tolles... ...hmm... ...ich meine... ...es wäre... ...500 verschwändliche Bienen... ...wenn wir... ... einfach nur irgendwelche... ...dummen... ...items bekommen... ...von... ...king Zora... ...es paar Wochen... ...naja... ...klicken wir hin und zurück... ...dass wir... Ich möchte kurz zu Weg sein, wo ich hin will. Ach man. Hier her. Warte mal. Okay, was gibt es hier drin? Ich meine, ich weiß, dass es hier eine Kiste gibt. Speziell etwas für eine Item. Zehn Feinde. Wow. Okay. Was können wir sonst? Mit einer Item. Ja, das war gut. Da können wir hin. Klar, wir haben jetzt einen Spiegel. Ich bin dämlich. Da können wir hin. Wir können zwar noch nicht den alten Mann aus der Höhle da oben retten, aber... Wir können zumindest mal den Park umlaufen. Und wir können sogar den Torf hier weggehen. Weil wir dafür auch schon eine Ertung haben. Weil wir dafür keine Laterne brauchen. Ich meine, theoretisch bräuchten wir sie sogar. Um erstmal hierher zu kommen. Ohne uns gnadenlos zu fördern in dem Park. Das, den wir den alten Mann rausführen müssten. Aber... Ja. Hier hin teleportieren ist halt einfach auch. Naja. So... Äh... Spiegel. Den Spiegel bekommt man nämlich theoretisch von dem alten Mann. Deswegen bekommt man... Eigentlich nur mit der Laterne... Zumut auf Hera. Aber wir haben sogar das Buch. Und... Deshalb können wir nicht nur die Items haben von Hera kriegen. Sondern auch... Dieses Item. Weil wir sogar das Mastersort haben. Und... Das Spiel schwört mich mal wieder. Wow. Da hast du mal gelieft, das so gut. Ich verstehe es nicht. Naja. Was gibt es hier unten? Oh. Was geht? Nett. Okay. Danke. Was sind die Narfisten? Die kleinen... Wurmgegner? Ich weiß, dass... Der Bossgegner... Der eigentlich... Das gleiche Monster ist nur in Größe. Äh... Was der Moldorm heißt. Aber... Ich weiß gerade nicht, wie die kleinen was. So... Natürlich müssen wir den roten Moldorm ausrüsten. Weil der... Einfach besser ist. Aber wir haben die Karte bekommen. Die Karte! Die Karte! Ja... Ähm... Wir haben... In letzter Zeit. Ich muss doch jedes Mal... Nachdenken. Dass ich nicht... Irgendwas vergesse abzulegen. Ich muss doch jedes Mal... Einfach... Hier können wir von unten haben... Vorbeilaufen. Weil jemand einfach... Toll ist. Ähm... Ich werde den... Anstreets aber abschließen. Einfach nur, weil ich nicht weiß, was ich hier für eine Alte möchte. Weil theoretisch... Dann brauche ich die Latane. Oder einen Hammer. Oder... Einen Enterhaken. Und... Ich weiß nicht, was es hier für Leitungsgebühren in der Lampe gibt. Ich meine gut... Eine Biene geht auch. Damit kann ich jetzt zumindest keinen Tora besiegen. Äh... Bezahlen. Ich wollte bezahlen sagen. Vielleicht hat der ja die Lampe. Und man weiß es nicht. Das ist schon nett. Ich habe den Sie noch nie gespielt. Und habe ich erstellt, bevor ich angefangen habe. Aufzunehmen. Der erste Schlüssel. Okay. Ähm... Ich glaube, das ist richtig hergestellt. Der nächste Schlüssel. Also der blau-hote. Der eigentlich immer Frauen sein sollte. Weil... Oder Kille-braun sind. Das interessiert irgendwie niemanden. Mich schadzt irgendwie schon. Was wir die Gegner... Ein bisschen weghalten. So. Boss Time. Moldorn. Das war schlecht. Ich gebe es dazu. Moldorn will man mit so wenig Treffern wie möglich töten. Das heißt Moldorn laden. Schwertieben. Weil... Für jedes Mal wo man Moldorn trifft... Äh... Wird Moldorn schneller. Und... Irgendwann... Wenn man einfach nicht mehr das Moldorn schneller bleibt. Deswegen... Es ist einfach nur... Versuche zu kriegen. Laden... Schwertieben... zu treffen wie möglich. Damit es einfach nicht... Oder... 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 Oh... Ich habe den Kampass bekommen. Toll. Dann weiß ich jetzt schon wo ich hingehen darf um mein zweiter Satin zu bekommen. Und das gefällt mir nicht wirklich. Weil ich... Die Räume nicht mag. So... Wir haben volles Leben. Also können wir einfach alles aktivieren. Und müssen nicht den Bogen rein schützen. So... Jetzt kommt der nachwechste Raum. Der ein bisschen dauernd wird. Eins... Zwei... 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 Und wenn man nicht weiß, was man tut, kann er sogar umgehen. Das hatte zumindest bei mir, ich weiß nicht, dass ich das Spiel noch wirklich fast nicht gespielt hatte. So, ein Bond-Upgrade. Ich bin für ein Bond-Upgrade hier zurückgekommen. Theoretisch müssen wir jetzt in die Dark World kommen. Ich weiß nicht, ob wir in die Dark World kommen. Das ist sogar ein sinnvoller Ort. Ich hätte fast vergessen, dass wir die Titan-Mits haben. Einfach gegen den Baum rennen. Wir kommen nämlich hier rein. Obwohl wir den Hammer, den wir für den oberen Durchgang bräuchten. Ja. Und damit haben wir gleich wieder eine Menge mehr Sachen, die wir tun haben. Dann machen wir jetzt auch das hier. Kisten-Mini-Spiel. Zahle Münzen. Ich glaube, ich habe gerade schon den Hauptpreis gewonnen. Ich bin mir nicht sicher, ob man drei Wochen gewinnen konnte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es der Hauptpreis war. Und wenn es der Hauptpreis war, dann war es schlechter. Und es gibt nur einen. Also von dem her. Na ja. Muss man mitleben. Hier ist noch eine Kiste. Wir haben eine Flasche. Das ist praktisch. Ich glaube... Setzen wir den Spiegel hier halt. Das bringt uns nämlich genau hier vor. Hallo. Ich habe eine Flasche. Gib mir ein Item. Danke für die Bomben. Die ich nicht gebraucht habe. Das ist wirklich ein Darkhold. Wenigstens bleibt das Portal offen. Ich nehme an, ohne dass es ein paar Sachen unmachbar wäre. Wenn es nicht so wäre. Naja. Ja. Ja. Oh. Warte. Ich habe ein Pisoffat bekommen. Ich wollte nämlich gerade noch mal nachschauen, ob ich auch wirklich alle Pisoffat gezählt habe. Aber nein. Noch mal 100 Rubine. Tolle Kiste. Können wir das machen? Ja, das können wir machen. Ist gut. Ist gut. Hallo. Komm her mit. Der Typ will nach Hause. So. Teleportieren. Wir gehen ins Haus. Wir gehen aus dem Haus. Wir gehen ins Portal. Wir teleportieren zurück. Ja. Wir gehen wieder ins Haus. Und rein. Cool. Wir haben 20 Rubine bekommen. Toll. Naja. Auf das können wir jetzt einfach die Kiste nehmen. Die manchmal ein bisschen nervig ist. Äh. Potten wir jetzt mal. Warte. Warte. Eine Carina. 7. Wir können mit der Kiste nicht rennen. Sobald ich A drück, läuft uns die Kiste nicht mehr hinterher. Warte mal her. Oh, da gibt es unsere Auffabine. Das ist ja praktisch. Ich wäre gerne wieder in den Darkwald. Okay, das heißt ich muss wieder durch den Wald. Weil jedes Mal wenn ich fliege, wird glaube ich immer ein Portal gelöscht. So wie es aussieht. Oder? Ah nein, das wurde noch nicht auf der Flugmehrer angezeigt. Okay, dann wenden wir hier runter. Ja, ist gut. Okay. Sind wir wieder hier. Was mache ich als nächstes? Es gibt zwei Worte, die ich hin kann. Probieren wir jetzt erstmal. Probieren wir jetzt den hier. Genau. Hallo, ich gebe die Münzen, damit ich hier spielen darf. Ich habe noch nicht das Item gefunden, dass sie irgendwo vergraben ist. Wow, das Item war eine Verbindung. Nice. Dann halt nicht. Ich habe noch einen anderen Ort. Wir können nämlich mit dem kleinen Jungen spielen, der normalerweise die Ocarina hat. mit dem Sprechenden, der noch ein bisschen Kugelrad. Und jetzt in der Lage mal festgesetzt. Und hier gibt uns einfach nur 20 Kugel. Okay. Okay. Dann. Richtig. Hier runter. Oh ja, hier gibt es viele Items. Klar spreng ich mich selber. Hallo. Peace of heart. Alles gut? Haben wir auch eins mehr? So. Bomben will. Wieso laufe ich immer in den Bombenradius rein? Befragsel. Echt das. Fin. Stau. Latane. Cool. Das und das hätten wir damit. Das ist gut. Ähm. Wo würde ich jetzt gar nicht hin? Okay. Ich habe zwar nicht mehr so viel Zeit, aber... Also. Ich glaube das kann man auch noch. Ocarina. Bring mich hier hin. So. Befreien wir den alten Mann aus der Höhle. In die er sich verhört hat. Der Mann folgt uns sofort. Und wir müssen nicht mit ihm reden. So. Okay, mit ihm können wir nicht rennen. Also nicht schnell rennen. Egal. Au. So. Der Geburts ist natürlich noch Biene. Wie kann es auch anders sein? Und dann gehen wir zurück in den ersten Dungeon. Und machen den fertig. Wir brauchen sowieso noch den Kristall. Und daraus können wir uns den Hammer oder sowas geben. So. Jetzt dürfen wir halt nochmal durch den ganzen Dungeon laufen. Und die habe ich noch nicht gefunden. Nein. So. 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 Erstmal können wir sogar sehen, was hier in diesem Raum ist. Warte. Ah, der hat den Schlüssel gedroppt. Okay, gut. Nach rechts müssen wir nicht gehen, da es nichts wichtig ist. Ich habe sowieso keine. 1. Das wäre ja irgendwie so groß. Hi, jetzt stehe ich auf einem Schalter, wenn ich brauche. So. Hier ist der Schalter oben links. Und für den hier brauchen wir den Boden. Okay, ich stehe auf die Pfeile. Oh, ich brauche nur zwei Schüsse. Okay. 1, 2. Okay. 1, 2, 3. Okay. Amos Knight. Okay. Okay. Passbar ein paar Pfeile vorhin. Oh. 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 Das wird ein bisschen abhängig. Aber das wird ein bisschen abhängig. Oh. 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 Das wird ein bisschen abhängig. Das wird ein bisschen abhängig. Oh. 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 zum nächsten Mal.